Hey, willkommen zu einer weiteren App-Gewels heute mit dem Level von Ketsumal-Kooker-LP, 99% Impossible, mit dem irre Spongible-Dud. SDRG drücken? Achso, nein, ich will doch, ach man. Hätte ich mein Kind da jetzt reinwerfen müssen? Ich weiß das nicht. Ja, ja, und dabei, was? Oh, okay, sah ein bisschen komisch aus. Ja, gut. Nochmal! Neine Runde! Ah, Alter, wie soll man denn da ausweichen? Was ist denn los hier? Ja, flieg. Hä, und trotzdem sterbe ich. Das geht gar nicht. Flipple is impossible. Ja, das ist natürlich jetzt... Hä? Ja, geil! Aber mein Kopf wird's schaffen, Leute. Mein Kopf wird's schaffen. Da ist schon das Ziel. Ne, mein Herz. Mein Herz hat's geschafft. Oh, ist das schön. Das ist aber auch richtig kacke gemacht hier mit Opfer, Timmy. Das heißt, ich geh... Oh. Ich geh einfach durch das nächste Mal. Ja, ja. Oh, fuck. Oh, nee. Oh, ich bin schon tot. Okay. Was heißt schon? Ich hab ja schon 40 Pfeile abbekommen. Oh, fuck. Hä? Och, man. Ich meine, es soll ja schwer sein, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh... Was? Von Black Team LP GLP TV 100 Impossibul. Ich bin dahin, geil. So, dann level ich 100 Impossibula. Oh, Gott. Gut. Gut. Ja. Der Typ... Also, ich hab das erwartet, nachdem ich die Beschreibung gelesen habe. Äh... Random 2 von 4... Irrblblblblblblblblblbl3. Hallo GLP. Dies ist mein zweites Level. Ich habe mir dafür sehr viel Mühe gegeben. Als beim ersten Level. Ganze 10 Minuten. Wow. Ist natürlich krass. 10 Minuten für mich zu opfern? Das ist heftig. Das ist Arony. Ich brauche meine... Scheiße. Wurde nicht mal... Oh, fuck. ...gesagt, dass man die Hälfte des Lebens nur mit Warten verbringt? Obwohl, die Hälfte war es, glaube ich, nicht. Ein großer Prozentsatz auf jeden Fall. Was für eine Verschwendung ist. Ja. Fliegt er drunter? Nee. Hä? Einfach nur so da? Okay. Dann nicht. Dann gehe ich wieder zurück. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nein. Da werde ich genau abgeschoben. Durch diese kleine Lücke. Aber egal. Ich probiere mal da runter zu gehen. Was wahrscheinlich nicht klappen wird. Aber da. Hauptsache, ich habe es probiert. Ah, warte mal. Warte mal. Vielleicht kann ich auch einfach zurück gehen. Nee. Geht wohl nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich verstehe auf jeden Fall, warum ich da nicht langen soll. Oh fuck. Gut. Dann gehe ich den normalen Weg. Überredet. Boah. Alter. Ich wollte da gar nicht langen und werde dann einfach abgeballert. Oh. Oh. Yeah. Bin so cool. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Schnell hier lang. Oh nee. Denn ich bin der Mann. Oh Gott. Was war das denn? Oh ja. Ich kann mich verrenken. Das glaubt er gar nicht, Leute. Ich mache immer Fitness. Und dann habe ich gehört, dass der Merlin... sich acht Ritmen empfehlen lassen hat. Und dann habe ich mir auch einen empfehlen lassen. Und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, meinen einen Kuck zu suchen. Oh ja. Cool. Geschafft. Ja. Ne. Was soll ich da zu groß sagen? Kampfansage. Hi GP. Hier mal ein einfacheres Level. Für dich. Ach für mich. Echt. Oh scheiße. Komm. Ja. Ja. Oh. Boah. Ich dachte schon, ich schaff das noch. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein. Boah. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh nee. Ah. Nein, nein, nein. Ich bin tot. Ah fuck ey. Komm mal shut. Sir. Nein, 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 nein. Och man. Musste ich denn da noch reinflutschen? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber Leute, das ist echt eine Empfehlung wert. Das Thema auch mal. Das ist gar nichts bringt, weil es nicht darauf ankommt, auf, auf, dass das eben vorne was im Weg ist, sondern eher, dass das was mit einem nicht gedehnten Rücken oder so zu tun hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das Schwachsinn und ich weiß, deswegen frage ich mich gerade, wie das Wort entstanden ist, das Gerücht. Nein. Oh nee. 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 Nein. Boah ey. Ah. Cool. Erstmal was bei Edelplex Caravan. Ja, das muss man mitten in einem Video machen. Oh ja. Full geupgradet. Jetzt noch ein paar Cracker-Azen. Die Hälfte von euch versteht wahrscheinlich gar nicht, wovon ich rede. Das ist, äh, das Spiel, das ich gestern vorgestellt hatte. Edelplex heißt das. Let's Flash. Sorry. Start. Und ein Versuch noch. Ich habe gerade übrigens herausgefunden, was ziemlich behindert ist. Was ich echt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Man kann ja Upgrades kaufen bei dem Spiel. Und ich bin einer, der upgradet regelmäßig und Stück für Stück. Sprich, ich kaufe erstmal Upgrade 1, Stufe 1, Upgrade 1, Stufe 2. Ja. Und das Schöne ist, sagen wir mal, Upgrade Stufe 3 kostet 5.000. Und Upgrade Stufe 10 kostet 10.000. Wenn ich die 5.000 ausgegeben habe und ich danach Upgrade 10 haben will, muss ich trotzdem 10.000 ausgeben. Toll, oder? Richtigum gemacht. Bedeutet, ihr solltet euch direkt das letzte Upgrade kaufen, weil das sonst Geldverschwendung ist. Das fand ich ziemlich scheiße, als ich das herausgefunden habe. Nein! Boah, da knapp auf. Okay. Okay. Ich habe es geschafft. Auch wenn das gerade nicht so aussah. Dann gehen wir mein nächster Level. Warum macht hier... Och, Mann. Oh, Mann. Ich verstehe euch nicht. Macht doch einfach mal Robeswing, Leute. Macht doch einfach mal Robeswing. Hoping. Was für Hoping. Ich hoffe, dir gefällt mein Level. Ich hoffe, dir gefällt mein Level. Ich finde es nicht schön, schau dir meine Rippling an. Okay. Okay. Ja! Ah! Oh! Och, nein! Okay. Dann nehmen wir meine Abkürzung. Oh Gott. Yeah! Es klappt einfach. Es klappt einfach. Schön auf dem Hinterrad. Nein! Nein! Alarm! Oh Gott. Oh! Okay. Hier auf rumzutouren. Ja! Ab nach vorne. Ab nach... Bananen. Es? Bananen. Okay. Ja. Relativ einfach. Dann das Level von... Oh, weißt du. Fatales HD. Guten Tag, GLP TV. Dieses Level hat mich sehr viel Zeit gekostet und es beinhaltet sehr viele witzige Features. Okay. Und warum darf ich dann einen Schau auswählen? Ich verstehe das nicht. Hier, guck mal. Das Feature ist also, dass ich nach vorne darf und alles aktivieren kann. Das ist natürlich toll. Das ist ein tolles Feature. Ein echt tolles Feature. Nein! Nein! Ah! Oh, nee. Da sind sie alle weg. Okay. Ah! Ren'n'ball! Ja! Ups. Falsches Ziel. Komm! Oh, fuck. Komm, komm, komm. Ja! Ich hab's geschafft! Warum ist der Typ da vorne? Versteh ich nicht. Ich versteh das nicht. SuperDuperMC. Von Adihash. Okay. Zum Girl Forever. Zum Girl Forever. Okay, okay. Oh! Cool! Willkommen bei Let's play Minecraft. Ah! Ich hab ne neue Fähigkeit! Kann ich die nutzen? Okay. Wieder voll genutzt. Schade. Das ist schade. Ja! Ja! Redstone abbauen! Komm schon! Hä? Das war doch ne Stein Pickaxe, oder? Geht doch gar nicht. Glaub ich. Hui! Coole Idee! Sieht doch recht schön aus. Oh Gott! Hä? Ich versteh das nicht. Ah! 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 Oh Lava! Oh Lava! 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 Wo ist das? Nein! Nein! Nooo! 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 Okay. Oh Scheiß. Aber war echt überraschend gut. Oh, hat ja auch dementsprechend viele Views. Es hat halt nur einen beschissenen Namen. Also ich hab da was ganz anderes erwartet. Ich hätte jetzt irgendwie GLPTV Epic Minecraft oder so genannt. Epic Minecraft Redstone Adventure. Das hätt dann 200.000 Wipfs gehabt Leute. Ich kenn mich aus. Ähm. GLP. TV tot. Hi GLP und andere. Das ist ein kurzes Level. Hahaha! Okay. Okay. Kann man machen? Kann man mal machen? Oh, was ist das denn? Guck. Oh ne. Hä? Okay. Ich bin verwirrt. Der Töcke ist sehr verkteffend. Ja. Das ist einfach nichts. Ich versteh das nicht. Ah, yeah! Okay. So echt kurz. Hm. Sch. Von. Beat Scream. Hey GLP. Sag mal bitte wie Siri. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, genau so klingt Siri. Hatte ich übrigens noch nie installiert. Noch nie irgendwo gehabt. Könnte aber da liegen, dass ich das. Obwohl Siri gibt's nicht sicher für Android. Ich weiß es nicht. Der arme Kleiner Timmy. Ja. Komm Timmy. Ich benutze nicht zum. Oh fuck. Okay. Hopp nach vorne. Komm schon Timmy. Doris. Doris. Schnell. Oh Gott. Oh ne. Boah. Hä? Steht das SCH für scheiße oder was? Oh man. Steht das SCH für scheiße oder was? Ich weiß es nicht. Warum hat das so ne gute Bewertung? Hab ich grad irgendetwas verpasst? Pogon Jumper. Hallo Jump Let's Play und die anderen die da spielen. Das Level ist kein normales Pogo Level, sondern ein Level mit vielen Aufgaben. Hoff ihr habt Spaß. Von Windows 10. Ich freu mich schon auf Windows 10. Oh ne. Boah ist das am ruckeln. Boah. Boah. Aber ich hab das Gefühl. Das hat nicht unbedingt was mit dem Level zu tun. Sondern eher mit Edelplanks. Weil da gerade ziemlich viel abgeht. Ja obwohl. Ich glaube das ist ein Mischmasch. Ich muss sagen das finde ich grad schon ziemlich nervig. Warte mal. Ah. Wir nehmen den. Tja. Damit hast du wohl nicht gerechnet ne. Sir. Oh. Wieso ich das denn kriegen. Hallo. Geht ja gar nicht. Oh fuck. Unfaire Scheiße. Hä. Okay. Überfliege ich einfach. Ist okay. Vollkommen okay. 50 Münzen. Willst du mich verarschen? Ich mach mir schon klar, dass das so nicht gedacht ist Leute. Aber. Aber irgendwie. Ich weiß nicht. Okay komm. Wir probieren es einmal. Hm. Da. Da ist er wieder. Hui. 50 Münzen. Das könnte ein bisschen dauern. Hui. Komm 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 komm. Ja. Yeah. Komm. Ja. Schön. Und. Oh. 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 Nee. Heidewitzka. Huh. Komm. Wech aus. Wech aus. Nicht dagegen. Komm. Oh ja. Geil. Genau das passiert was ich nicht wollte. Schön. Boah. Das wär aber risky hör mal. Das wär ziemlich risky. Yeah. Und nochmal. Komm. Ab nach oben. Ja. Jetzt können wir da lang. Komm schon. Kommt schon. Kommt schon. Oh. Das ruckelt aber richtig heftig. Alter. Geh bitte einfach nur da lang. Geh bitte einfach nur da lang. Geh bitte einfach nur da lang. Ohne dir weh zu tun. Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Wenn ich mir weh. Aber auch nee. Geh nach vorne. Du kleiner Fratz. Schaffst das. Ja. Oh. Oh. Ma. Komm. Geh da lang. Ja. Ja. Nee. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Krieg ich jetzt einen Preis? Oh. Oh. Nee. Nein. 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 Erstmal nach. Oh. Nee. Nach oben. Ja. 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 Oh ja. Geschafft. Oh. Hi. Was ist das? Was ist das? Ich würde jetzt echt gerne gucken, was da ist. Aber. Nee. Abkürzungen schwer. Ja komm. Komm. Das ist aber endlich mal ein Level mit einer vernünftigen Länge. Find ich richtig toll. Boah. Alter. What the fuck. Da musst du dich ja genau im richtigen Moment abstoßen, weil du sonst äh ne. Einfach mal zermatscht wierst. Wie ich gerade. Gut. Aber ich würde sagen, wenn ihr den Papp bewerten würdet. Wir sehen uns dann vermutlich morgen beim nächsten Video. Um 12 Uhr. Und dann um 16.30 Uhr. Und um 18.30 Uhr. Weil am Wochenende kommt immer ein Video mehr. Vielleicht auch zwei. Das weiß ich nicht. Tschüss. Bis dann. Bis dann.